Er sagt das nur so. Aber ich sag euch schon mal voraus. Guckt niemand die Losers. Das ist ne Gruppe Marbosa und Deko. Aber die machen nur Krawall, also die sind scheiße. Könnt ihr an der Beule sein? Aber Leute, dafür wollen wir niemanden die Deko oder Marbosa sein. Nee, Marbosa und so sind da. Marbosa geht noch, Deko mag ich nicht. Ja, Deko mag ich nicht. Deko mag ich nicht. Deko rastet immer so aus. Und Dela ist immer ganz gechillt. Ich bin aber... Ich bin einfach Jessie. Ich bin einfach Jessie. Ich kaufe. Bin ich Jessie? Guck mal. Ich bin Jessie. Ich bin Jessie. Komm her. Ah, der Pedder. Ich bin kein Pedder. Ich mein, Deko war besser. Wann kommt der endlich? Wir hatten uns ja einmal Snowball. Inwieweit. Ja, weil immer... Weil das immer am Anfang kommt. Und das ist sowas von Geil und Martiko. Ja, ja. Juhu. Ja. 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 Aber super, super. Ja. Das ist eine geile Zeige. Runde 1 habt ihr schon mal gewonnen. Ich hab nicht mal aufhört. Also ich bin Pechvogel und du bist Goldgräber. Du bist... Ich hab richtig schwäch. Ich dachte, ihr schafft das. Du bist schlecht. So, das schaffen wir. Das schaffen wir wohl. Ich bin hier, okay? Leute, ich kenn alles aus, wie man hier alle macht. Ihr könnt doch... Hey, was machst du? Wir brauchen halt Zombie-Köpfe. Mach's kurz. Und Leute, schreibt mir die Kommentare. Ich hab noch so ein kleines Video, wo ich euch zeige, wie man alle Köpfe hier kriegt. Los, seitdem Zeit macht du... Nee, bleib du... Nee, warte. Mach du das Jump'n'Run. Ich bin hier und mach das dann hier, okay? Mach du das Jump'n'Run. Du nennst dich doch Jump'n'Run-Killer. Das ist mein Jump'n'Run-Skills. Warte. Ja, Spice-Sophie. Gut. Ich brauch einen Zombie-Kopf. Hab's. Ist gespeichert. Doch, ist gespeichert. Ehrlich? Ja. Ist auch noch. Und eigentlich Slow-Wolf. Alter! Nein! Wer als Erste so darf jetzt hat den Vorteil. Und du bist da. Nein! Warte! Nein, warte mal! Nein! Nein! Wir machen's! Du dumm, warum bleibst du hier oben? Das hat Luca auch immer gemacht. Halt's doch! Nein! Nein! Halt's doch nicht! Komm, 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 komm! Halt's doch nicht! Halt's doch nicht! Halt's doch nicht! Halt's doch nicht! Ja, ich hab gewonnen! Drei verdammte Bracke! Drei? Das waren drei? 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 Was? Ja, was? Ja! Was? Da unten war ein Loch, das hab ich verursacht. Eier, ich denk schon, hä? Ich bin aus. Aber er verweckt mich so, boah! Echt? Ich hab dich gekillt. Ich bin klar. Wer ist wieder klar? Komm, wir gehen. Nein! Ich bin untergefallen. Scheiße. Wow! Ist runter. Nein! Nein! Das geht noch nicht, das geht noch nicht! Du bist geworden! Oh! Wow! Ich war so im Vorteil! Ich war so im Vorteil. Ich war so im Vorteil. Ey, guck mal, was ich hab! Ah! Dann brauchst du jetzt mal ins Kinniglöffel. Ich lebe gern gefährlich. Ich lebe gern gefährlich. Du lebst gern gefährlich, ich lebe tot von unten. Ich lebe gern gefährlich. Ja, steht doch. Und bei mir steht, ich lebe im Tod. Oh, ich hab die Tür! Oh! Oh! Oh, oh! 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 mit Smoking. Schade ist mir nix zu schlimm. Eigentlich fehlt noch ein Kopf. Dieses Köpfchen. Dieses gibt es auch. Dieses gibt es nur da, wo man den Zombie hochmachen kann. Den Mensch Zombie hoch. Diese Knöpfe. Wieder Schaufeln? Ja, davor hatten wir das Schäbel. Ich hasse Schaufeln. Oh, guck mal hinter mir! Schaufeln liebe ich. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Glückspitz. Sag doch, tschüss. Was machst du so an TLC? Das ist so schade. Ich kann auch das Jahr kaputt machen. Das sagt ja mal Izzy, wenn hier bei Lucky Block, wenn er immer kommt, eben so TLC kommt, macht er mal TNT. Leute, abonniert mich bitte. Erst einen kleinen Like da. Ne, ich hab so heute ein bisschen viel Fernsehen geschrieben. Hast du mich hier? Da hab ich elf Opponenten. Heiß Gordi da. Aber warte. Du bist ein Blog-Schützer und ich bin Kleber. Ne, das ist so. Ich abonniere jetzt meine Karate. Und ich lauf zu lang rum. Hoi. Mach mal leiser. Mach mal leiser. Mach mal leiser. Okay, Matthias, Feuer, jetzt bitte los. Nein, mach weiter. So. Ja, Leute. Das wird jetzt die letzte Runde, die wir machen. Die die vorletzte. Dann machen wir noch eine Runde und dann. Moin Abonnenten. Geil. Und das nur, weil ich rede in den Videos. Und ich hab Janik auch auf der Playstation als Freund. Janik. Habt ihr eigentlich einen Kopfhörer, wo man reden kann? Ja, Max? Hm? Habt ihr Kopfhörer, wo man reden kann? Ach du Scheiße, ey. In der ersten Tag bin ich gleich kaputt beim Spiel. Geht das noch? Da sind die... Alter! Da sind die... Ich mach das Happy. It's a happy. Ach du Scheiße. Alter, wer passt denn? Ich bin... Du auch? Nein! 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 Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr weg, ich stürze in die Lama zu Hause. Er wäre... Wo bist du denn? Ich kann nicht schritten. Da. Hilfe! Nichts machen! Hui! Runter, wachst du dir? Ach, wachst du! Ich hab dich so reingelegt. Oh, Alter! Unser Creepy-Kopf ist weg! Ja, wurschtest du nicht? Ja, wurschtest du nicht? Ja, wurschtest du nicht? Ja, wurschtest du nicht? Ja, wurschtest du nicht. Oh, Alter! Du stürzt mich ja gar nicht! Ui! Ui! Na, ich hab von dir ja Fernsehen, so wie ich das Zeugen gemacht habe. Hab ich ja eben... Wurschtest du nicht? Dann hab ich so die Werbung von Family-Belle gerissen. Da war es ja so selten, so ein kleiner Bengel. Und dann hat er gesagt, hier, können sie dir was kaufen. Und dann sagt der Firma, da kam der Hund und hat gesagt, hey, Alter, du hast das Hitler finanziert. Hä? Das war so leif. Hab ich auch verrückt. Wie kann man Hitler finanzieren? Wie er ihm Geld gegeben. Ja, aber er hat gesagt, er hat Hitler Geld gegeben. Ja, aber Hitler sagt man nicht. Was ist denn der hier? Ja, das ist völlig geil. Das ist so vorne und sagt nicht immer. Ach so, es ist diese... Halt da, Mann und diese dünne Frauen. Dieser Hund und diese kleinen Kind mit der Glatze. Ja. Ey, das ist behinderte Serien. Das ist so vorne. Und dann hat er gesagt, hey, Alter, du hast das Hitler finanziert. Aber ich bin hier했다 nicht hin. Du musst ihr anino diant auf jawohl, aber ja hatves weil doch nicht. Was ist denn? Wer ist denn los, nicht? Mmh ja. Hatschi! Macht das Video? N Snake! Ja! Schätz zu uns! Schögerlich, schwe Perché nach der Kanar in die Musik. So, poés Silva sozusagen zu uns. A, ja vieneつie dem da einen Weg. Warte, das jetzt, nach dieser Schnurbelrunde kommt die letzte Runde und dann passt es glaube ich schon wieder. Da war es doch schon mit dieser Runde. Mit Felix. Also wir machen doch eine andere Runde ab heute. Kein Video mehr heute, ich habe schon vier Stück gemacht. Ne. Hä? Alleine. Alter, schweiße. Alter, das ist ja ein bisschen Teerrand bei dir. Ja, oder? Ja, Mann. Ich will das. Oh, du Knapp. Hallo, hallo. Ja, Max. Der Filz hat hier gewonnen. Wer ist denn gewonnen jetzt? Der jetzt gewonnen hat von allen gewonnen. Ehh. Nein, ich hab da ohne sie! Oh, Alter! Nein! 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 Wir sind geschlagen! Ja! Wir sind geschlagen! Wir sind geschlagen! Hey! Wir sind geschlagen, Leute! Ey, jetzt guck mal auf deinen Kanal, ich hab was gemacht! Warte! Hallo, eine Runde noch! Nein, das war's doch! Nein, nein, nein! Eine Runde noch! Jetzt müssen wir den Schaufeln wieder machen oder wieder Snowboy! Nein! Doch, Schaufeln war als erstes! Trotzdem, wir machen jetzt Schaufeln, das war's! Was? Okay! Guck mal schnell auf deinen Kanal! Gleich? Ich kann noch nicht wieder auf den Kanal gucken! Wer auf dein Tablet? Achso, okay! Ja, Leute, ich guck jetzt kurz! Oh, Clash Royale! Höre ich! Haha! Mach leid! Auf gar keinen Ton! Was soll ich denn bei meinem Kanal? Bitte schön gucken! Ja, Seilpil! Ich hab dich doch abonniert! Ja, 10 Abonnenten! Ja, bitteschön! So, jetzt weiterzocken! 10, 9, 8, Lava-Bögel! Ich kämpf nicht! Schnell ausmachen! Ich kann doch warten, der gegen mir kämpfen möchte! Ich hätte gegen dich gewonnen, wenn wir Testkampf gemacht hätten! Okay! Hast du noch Clash auf deinem Handy? Ja! Gut! Der ist broke! Ich bin schon gerade auf der Welt 2! Wow! Ja, ich hab heute erst angefangen! Wenn ich schon gerade zusammenいつhole! Ich bin schon hier! hospitalizeden. Alter, Victoran! Das sagst du selber, hab fast degree gezeigt! Mal Amack! Beine Amack! Töööööööööööööööööööööööö ... Ich mach den Thema! Ich mach den Thema! Uiääh! Noch mal den Thema! Noch mal den Thema! Alter, heute war das Glück! Du darfst wohl auf! Du! Das ist der Bürger! Der Bürger ist der Bürger! Deine App! Deine Links! Was ist offen? Der Bürger ist der Sieger! Zwei P! Loser! Ich hab mehr Apolle dazu! Ich hab aber Apos! Ich hab Apos! Wir können, wie man sagt, Schönen mit Ö! Schönen mit Ö!